ja so servus youtube und willkommen zurück zu einer weiteren folge von left for dead 1 uncut so ich muss gucken ob das der ton nicht so laut ist bei mir und bin ist wieder kräftig am rumballern wunderbar so erstmal sei die bereich aber sowas von kann sie natürlich gleich erstmal alles schön so zack zack da stehen sie schon alle und ratten auf ihre behundlung das was haben wir hier das menschliche herz ja durch den blutfleck sehen wir da jetzt nicht so viel ah die anatomie des menschen oh ja ähm dieser patient hat eine sehr starke und zum parietes sofortige exekution ist daher ein muss okay los geht's ich hasse krankenhäuser und ärzte und anwälte und bullen und meine rede und 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 getrunken so kaputt wow scheiße ähm Da kenne ich nix, Alter. Oh. Ja, der war wirklich gut. Ich ne, ich ne Bitch. Hört ihr das? Wo hockten die? Ist die hier hinten? Oh Gott. Oh, schön durchgeballert. Tür zu, Tür zu. Was sind die? Ich hab sie doch ganz genau heulen hören. Okay, jetzt muss ich kurz leise sein. Joa, also wenn wir den Knopf drücken, Knüpf, den Knüpf hier drücken, dann geht's ziemlich ab, Alter. Los geht's. Oh, gut. da rein da, rein da, rein da geh doch rein zack lieber bein ab als arm dran rauf und rüber geht es doch alleine mit dem Messer der war doch jetzt schön, Leute, oder? Daumen hoch vor diesen geilen Reinen los ich habe es ganz genau gesehen ich habe es auch gesehen, ja? oh mein Gott, ich habe Füße wir müssen einen Zugang zum Dach finden oh, guck mal, ich bin gerade jetzt gespauern das ist mein Vater ey oh, oh wo? da, da ist er oh, nein, ich mache jetzt den Tankfaden jawohl das ist immer schön, wenn ein Tankfaden kommt, aber halt äh, ich habe gerade ein bisschen die Orientierung verloren wenn ein Tankfaden kommt, aber dann eher sich auf dein Teammitglied auf dein Teammitglied statt auf dich und dann geht es aber weiter, oder? äh, ich kann fliegen oh Gott, nämlich geil hehehe oh, da kommt bestimmt nochmal ein Tank oh Gott die gucken ganz wie der Wand hinter der Wand war einer was ging es genau zu sehen sorry wo ist er wo ist er wo ist er ich weiß dass er noch hier ist ich habe keine Emissionen ich bin jetzt zum Teil ich bin jetzt zum Teil oh der war schlimm in your face das nehme ich weg oh 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 was soll denn das jetzt oh ne was jetzt der Benzin kann das wenn die Nase läuft dankeschön auch mit Tempo sorry na scheiße wo ist der Benzin ich sehe nichts ach jetzt so ok wir sind da das ging aber fix also würde ich klärkliche Meinung hin und dummes geschätzt bitte in die Kommentare nein wo 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 ja ich geh du sagst das das ist das ist das ist wir können hier auch einen Domen hochgeben meinen Kanal abonnieren, faulisieren, digitieren und so anderes Zeug also ich danke dir, ich danke dir, ich danke dir Pam, 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 Pam Ciao Ciao